Oh, das ist gar nicht der echte Glurak, oder? Und damit, hey Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge OFBRANDS, den besten Subreddit, eventuell der Welt! Alter, kennt ihr schon Metallica? Metallica? Was gibt's denn da, Alter? Oh, schön. Sanitär, Elektrizität? Oh ja, an Kacke denke ich auch, wenn ich Metallica höre. Joke, Joke, ich mag Metallica. Interessent, man, Leute. Oben links ist einfach noch das echte Thomas-Logo, Alter. Thomas, was haben sie denn mit hier gemacht? Thomas ist nur die Brust? Thomas ist nur der Fernseher von dem Teletuby, Alter? Strength 9, Fire Blast 10 ist auch das erste, woran ich denke, wenn ich an Thomas denke. Oh mein Gott, der Arme. Ihh, Alter, die neue Generation Pokémon sieht ganz schön wild aus. Karmicin rot! Der gefällt mir nicht, bin ich ehrlich. Ich würde lieber die Ente daneben kaufen. Was ist denn mit Pikachu nicht richtig? Das ist so eine Dancing Flower. Aber irgendwie, irgendwie fühle ich es nicht. Alter, und ich schaue auf jetzt der Puppe daneben, hat einfach Dinge gesehen. Oh no. Ach, natürlich. Der Funny Boy. Children's Joy Toy. Was ist genau so funny an dem Funny Boy? Furzt der? Macht der Puppi. Ich verstehe nicht, was ist daran funny? Colorful Bubbles. Er macht wirklich Bubbles. Cool. Popichu, Pop, Popichu, Pop. Ist sein Gesicht falsch rum? Pikachus Gesicht ist falsch rum dort auf. Oh mein Gott, I hate it. Mein Name ist Monkey D. Ruffy. Und ich möchte König der Piraten werden. Willkommen bei World Peace. Eine Lampe. World Peace. Wünschen wir uns alle, kriegen wir aber nicht alle. Spider Fighter 2. Wenn es Spider Fighter 2 gibt, ist die Wahrscheinlichkeit für Spider Fighter 1 relativ hoch. Und das finde ich irgendwie grausam. Marvel, do something. Alter, Red Bull verleiht ja Flügel. Aber was kriegt man, wenn man Goat Cow trinkt? Einen Euter? Probleme beim Wasserlassen vielleicht. Bebieder. Energy Kidda. Es ist doch einfach, es ist doch straight up einfach Red Bull. Also es ist aber nur eine Gold Cow. Aber nichts daran ist Gold. Also nicht an der Cow. Das macht doch gar keinen Sinn, Alter. Look at these movies I found in my house. Und, oh my. Uuuh. Uuuh. Chiara. Pop. Life's a Jungle. My friend Bernard. Acht Animated Movies. Äh. Für den Preis von einem. Alter, welches KitKade ist euer Lieblingsgeschmack? Ich mag ja das Matcha KitKade. KitKade Crunchy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich hasse es. Ja. Oh. Das aus dem neuen Kirby Spiel. Wenn Kirby versehnt dich ein Pullermann. Ihr versteht, was ich meine, oder? Der sieht nicht gut aus. Das ist wie Long Furby. Das darf nicht existieren, okay? Wir einigen uns darauf. Das ist nicht okay. Nintendo verklagt so viele Leute, die irgendwelche Fanspiele machen oder irgendwelche Roms hochladen. Aber warum nicht? Das. Egal. Ich reg mich nicht auf. Kirby's Fähigkeit ist. I found this beauty in the dollar store and didn't have a camera. But little did I know this exists. Spook Chasers. Digga, wie viel Zeit. Ist es Scooby-Doo? Ist es Ghostbusters? Ist es Pokémon? Digga, ich verstehe gar nichts mehr. Alter, welche Regeln habt ihr bei Ono? Bei uns muss man bei einer Null immer das Deck weitergeben zu seinem rechten Sitznachbarn. Ono. Ono, ich hoffe, die haben einen besseren Server als Uno Online. Alter, viele Leute, die... Leute, die auch gerne mal... Tinder benutzen. The Poly Machine. Die Poly Station. I love it. Alter, was kriegt man denn dazu? Die Maschine. Die Maschine mit Text, den man nicht lesen kann. It's just not a game anymore. Es ist kein... Äh, wir hören die Spieler auf, mein Freund. Jeep. Aber das E ist falsch rum. Da, so funktioniert Copyright, meine Damen und Herren. Baby Shark. Oh, Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini... Warum kann man ihren Rocks... Digga, was ist hier los? Oil Pastates 12? Elf? Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. tech1-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. Bioteamp-Tin subduet man! Äh, ne, es gibt auch hier Gucci, Versace und da gibt's noch Rappada. Rappada. Das ist mein Little Rappada. Mein Rappening, das wissen viele Leute nicht. Ui, aber geschmackvoll. Wird niemandem auffallen, dass man euer Prada anders schreit. The closer you look, the worse it gets. 82 in 1. Wario Blast. Super Mario, Super Mario, Super Mario 4, Wario Blast. Land Mario 4. Fire Mario 4. Club Mario 4. Nice, nice Mario 4. Girl Mario. That's what we all want, oder? Girl Mario 4. Aber das gibt's auch zweimal, das Spiel. Warum ist das zweimal da drauf? World Mario 4. GB Mario 4. Je länger man da drauf guckt, desto schlimmer wird's wirklich. Ah, Chase Dr. Mrio. Warum finde ich das lustig? Ist es wirklich lustig? Fordcraft. Alter, ja. Brille entbildt Fordcraft. Also, als ob das Original nicht noch schlimm genug wär. This Shampoo isn't Olay. Aber es ist, äh, okay. Rammus wäscht sich damit die Stachel. Spidey Man, Spidey Man. Er ist der Mandarinen. Alter, ich hab grad einen Schlaganfall. Das ist der Schlaganfall Edeka. Burger Hub. Seven Evan. Uniqlo. Das ist, stell dir mal bei YouTube. Warum würde ich gerne mal einkaufen? Kann ich bitte einen Algorithmus zum Mitteln an, bitte? Kommentar. Ich werd gerne einen Like. Und ich geh nicht in den Laden, um mir den zu kaufen. Du kannst ihn mir umsonst geben, wenn du möchtest. Bitte, alle bei. Bei 5000 Likes. Das ist jetzt krass. Ben 10, aber als Super Saiyajin? Natürlich. Warum ist Ben 10 so oft da drin? Alter, The Chocolate Legends. Wer kennt sie nicht? Die Avengers der Schokolade. Titan. Oremi. Romeo. Double Time. Und Racer. Was habt ihr damals am liebsten gegessen? Kinderschokolade oder Romeo? Romeo, Digga, Alter. Reeboks. Alter, Leute, ich frag mich die ganze Zeit, ob einfach zu viele Mava-Filme in letzter Zeit rauskommen. Gyroscopic Rotating. 3, 2, 1, go, go, go. Let it go, go, go. Jet Hub. Okay, der ist witzig. Gambling Game. Stark. Wenn man nicht mal die Rechte an Roulette hat. Vagnosaur Bubble. Super Wind Top. Alien Force. Hello, Happy Time. Guten Morgen, Alter. Happy Time gibt es hier immer auf Ruhe-Puls. So sieht doch Ruffy gar nicht aus, oder? Das war ein Webster, ich entschuldige mich. Not In-N-Out. Ich bin nicht Rezo. Ist nicht falsch. Ah, yes, mein favoriter Marvel-Charakter. Red Gengar. Gengar in Rot sieht irgendwie nicht richtig aus, oder? Und sind die Double-Min-Kargummi-Zonen echt. Aber Red Gengar. Nintendo. Hört zu, die Farbe ändern. Oh, haben die ja schon. Shiny Pokémon. Goddammit. Oh mein Gott. Normal Gengar, aber mit dem Gesicht. Alles mit dem Gesicht ist schrecklich. Point has been proven. Ketchup-Type-Sauce. Mmh, Paddington 2. Defective Pikachu. Okay, der ist witziger, aber er sieht ein bisschen aus wie Paddington Bear. Defective Pikachu, finde ich. Ähm, wird irgendwann Skin by Ford Box. Ten-Ten. School Play. Ten-Ten? Nee. Kumi Kumi. Kumi. Oh scheiße, Alter. Kumi. Kumi, nichts ist lustig. An Kumi. Game Station. Das sieht verdächtig aus wie dieser Oini Game Boy. Aber nur, nur so, nur das Kabel unten war bei mir nicht drin. Freshway. Mmh, nom, 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 Alter. Ist meine Lieblingskette, wo man so einen Footlong Burger kriegt. Milk Teller. Eeeeh, warum sieht diese Dose so eklig aus? Oben steht einfach das Palmöl, Alter. Uuuuh, ist das nicht schön. Nee. Avengers Endgame. Titan Hero Zero Superman. Hm, Oreo oder Chokette? Das ist immer die Frage, das Huhn oder das Ei, Chokette oder Oreo. Ich weiß doch nicht. MFC. Mmh. Finger licking good. Funko Puppies. Von Naruto, Naruto Shit Puden. Puh, wenn, wenn einfach der Bootleg self-aware wurde. Lab Q hatten wir letztes Mal schon. Spider Man sind jetzt mehr als einer. No Way House. Ha, Mann. Das ist so godlike dieses Subreddit. M-m-m-m-m-monster. Monster. Monster Kill. Nein, nicht schon wieder. Äh, Sesame Street oder Susame Street. Die sind alle gestorben. Reptilien. Ninja. N&N's. Cut, cut. Ha, ha, ha. Oh, ist das schön. Hui, Papa Joes. Oh, Alter, Pikachu geht zurück in dein Ball. Megadeth. Kids. Cayenne C. Hm, okay, mal löle, Alter. Dieses 12 oder so, hör auf. Facelook. Okay, jetzt meine ernste Frage in diesem sehr ernsten Video. Coca-Cola oder Pepsi? Huggi-Wuggi, aber als Avenger, ich, ich hasse ihn. Das ist keiner von den Avengers. Small Particle Building Blocks. Oh mein Gott. Alter, Sasuke, was ist denn los mit dir? Wisst ihr, was der gesehen hat? Viele Dinge, viele krasse Dinge, wie zum Beispiel die Endcard. Wir gucken uns am Ende noch ein Ding an. Jockteller. Bis zum nächsten Mal.